Der fliegende Knorrhahn, auch als Flugfisch oder Flugdrache bekannt, gehört zur Familie der Armflosser und ist ein Meister der Tarnung. Sein Aussehen erinnert an einen Drachen mit schillernden, blaugrünen Schuppen und langen, zahnähnlichen Flossen an den Seiten seines Körpers. Was diesen Fisch jedoch einzigartig macht, ist seine Fähigkeit, durch die Luft zu gleiten. Er nutzt seine Brustflossen, um Schwung zu nehmen und gleitet dann durch die Luft, um seine Beute zu jagen oder um Feinden zu entkommen. Während des Gleitflugs erzeugt er ein knurrendes Geräusch, das ihm seinen Namen gibt.